Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tipp der Woche. Heute mit Mercedes-Benz. Die Autobauer profitieren am heutigen Montag von einer positiven Sektor-Studie von JP Morgan. Bei Mercedes-Benz schreiben die Experten ein Kursziel von 90 Euro darauf. Sie sind zuversichtlich, dass die Autobauer im kommenden Jahr davon profitieren werden, dass die Rohstoffpreise weniger stark schwanken und dass sich die Lieferketten entspannen. Mercedes-Benz ist für JP Morgan ein positive Catalyst-Watch. Sie sind zuversichtlich, dass es eben deutlich höhere Kurse gibt. Aktuell sind wir bei 64 Euro. Bis 90 Euro sind also fast 50 Prozent Luft nach oben. Ganz so weit wollen wir jetzt in einem ersten Schritt nicht gehen, aber erstes Ziel wäre jetzt der Sprung über das November-Hoch, knapp über dem aktuellen Kurs. Und dann wäre das erste Ziel aus unserer Sicht rund 70 Euro bei Mercedes. Mercedes hat als Premium-Autobauer ohnehin eine starke Preissetzungsmacht. Auch das dürfte sich im kommenden Jahr auszahlen. Entsprechend denken wir, dass die Autobauer profitieren werden. Hinzu kommt natürlich die Fantasie, dass die Konjunktur weniger stark getroffen wird, wenn die Notenbanken, wie inzwischen erhofft, die Zinsen nicht mehr ganz so stark anheben, wie noch vor wenigen Wochen befürchtet. Dieses Szenario bei Mercedes-Benz, den Sprung auf etwa 70 Euro kann man wie gewohnt auch mit einem Hebelprodukt spielen. Ein Turbobull mit Hebel etwa 3 hat aktuell einen Kurs von 2,17 Euro. Und wir sehen hier ein Potenzial von rund 30 Prozent nach oben. Den Stopp zur Absicherung würde ich bei 1,90 Euro platzieren. Blicken wir nun noch kurz auf den Tipp der Vorwoche. Das war Nordex. Der Turbinenbauer hat in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt, zählt auch heute im frühen Handel zu den stärksten Werten an der Börse, kann sich weiter nach oben absetzen. Und unser Szenario, dass die Aktie in Richtung der 14-Euro-Marke steigt, dass Nordex weiter davon profitiert, dass eben jetzt Hoffnung herrscht, dass die jahrelangen Margenprobleme langsam behoben werden können, dass die Trendwende bei der Profitabilität endlich gelingt. Das bleibt weiter im Markt und das hat sich auch bei unserem Produkt gut entwickelt. Das hat sich gezeigt. Wir hatten es in der vergangenen Woche zu 3,99 Euro empfohlen. Aktueller Kurs sind 4,33 Euro und wie gesagt, wir setzen darauf, dass es kurzfristig noch weiter nach oben geht in Richtung 14 Euro. Den Stopp-Kurs würde ich nun allerdings nachziehen. Bisher war er bei 3,40 Euro. Jetzt könnte man den auf Empfehlungskurs nachziehen, um zu verhindern, dass das Produkt noch einmal ins Minus rutscht. Das sind vom aktuellen Kurs auch fast zehn Prozent nach unten und ansonsten, wie gesagt, das Produkt weiterlaufen lassen. Hier ist noch etwas mehr drin. Rund 5 Euro halten wir bei dem Produkt jetzt erst mal durchaus für realistisch. Ich wünsche Ihnen somit mit beiden Produkten viel Erfolg, gute Kurse und dann sehen wir uns hoffentlich in der kommenden Woche wieder zu einem neuen Tipp der Woche. Bis dahin.